Gute Idee, wir lassen ihn quasi als Bait vorfahren und dann erschießen wir einfach die Leute, die auf ihn schießen. Kannst du bitte aufhören, ihm zu verraten, was mein Plan war? Tax! Könnten wir nächstes Mal ein Außer-ohne-Tax-Schild haben, dann wäre ich da auch durchgekommen. Schluss auf euch! Ne, echt? Oh, wow! Danke, Captain Obvious! Ich dachte, das wäre Hagel! Jetzt seid solche Assis! Alter, ich hab ne volle Breitseite gekriegt! Boah, hier liegt nur ein Energy-Trick-Roll. Und du kommst mir mit Beschuss auf euch, ja? Ja, ich wollte einfach nur einen guten Mann-Tipp geben. Ich fahr weiter. Ja, ja, mach. Also, wir können das Haus probieren oder wir können weiter am Rand? Ah, ja, warte, wir probieren das Haus. Gegner? Okay, aus, raus, raus, raus. Ja, deswegen seit Grey-Zone-Warfare hab ich halt wieder... Weißt du dich? Ja, 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 ich weiß was, ja. Genau. Ähm, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und, äh, das Problem war... ich find das jetzt nicht so witzig. Irgendjemand noch Verbände? Melly glaub ich, ne? Melly, brauchst du noch was? Melly ist raus. Melly ist raus. Hehehe, ich brauch nicht. Hat jemand noch Störsender übrig? Ne, ne? Nein, ich hab keinen Störsender. Jetzt ist mir die Rati direkt so rausgeflogen oder rausgeschossen worden? Ja, der Rati ist raus, geht raus. Und dann? Brückt doch nix mehr, sie ist eh tot. Ah, scheiße. Männer hätten mal ein Dingo holen noch. Wie ein Chip. Warum sagst du das nicht zu... Los, steck aus. Ja. Stopp. Ja, kann schon... Oh, aber ne nütze Ding. Hab die jetzt echt mir nen Chip geholt? Ja. Hab ich meinen 8-fach mitgenommen? Nein. Dann will ich nicht zurück. Na auch. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Und weg, 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 der Spre... Okay. Nullig. Schauen wir uns darüber ein. Genau. Ich bin da. Stunz- Inzioe. Es ist sauer. Ja. Gut. Ich bin da. Ich bin da. Ja. Ich bin da. Ich bin da. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich glaube, das dürfte eigentlich ganz gut sein. Ich lese hier gerade vorne auf der Motorhaube auf dem Kühler von Taxi Sportautomatik. Und ich stelle mir gerade vor, stellt euch mal, wenn es in Pabt wie manuell Schaltung geben wird. Und du musst halt in so einer Paniksituation abhauen mit dem Auto. Das wäre irgendwie super lustig. Du findest das also lustig. Ja. Also so, dass du... Ja, sonst guckst du auch immer auf die Karte. Loll. Sonst guckst du auch immer auf die Karte. Das finde ich tatsächlich lustiger. Alles gleich gespawnt. Oh oh. Also... Guck mal, wo ich bin. Ja, dann komm her. Nee, geht. Oh. Oh. Noch geht. Kommst du raus? Ja. Ja, okay. Nice. Keine Ahnung. Ne, zwei. Noohooo. Ja. 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 Ja, da kommt auch schon. Hey, das hat doch funktioniert. Yeah. Hey, das war schön. Ich wollte eigentlich gerade losfahren, dann habe ich gesehen, dass du genau auf den Ding runterkommst. Ja, eigentlich war mein Plan direkt auf dem Fahrer aufsitzenden zu landen, aber das hatte ich ganz schön zert. Leute, das hat doch nicht so gut gemacht. Oh, ich wollte jetzt einen Side-Ringer bekommen, das hat nicht so einen Sinn gehabt. Ja, okay, das hat geil auch gemacht. Okay, das hat geil. Ja. Ja. No, kack, no. Ja, ich wollte jetzt einen Side-Ring kriegen, das weiß nicht so ein Sinn gehabt. Jetzt ist es ein, äh, eigenes Spiel, was ähnlich ist wie das Wettbewerb, aber... Ja? Hier ist mir gerade einer vor's Auto gesprungen, ich hab'n Wildunfall gehabt. Yes. Ähm. Was denn? Okay. Was denn? Nichts, alles gut. Ich wollte mich schon über deine Fahrkünste beschweren. Was ist das schon nochmal ein Fahrzeug, Asch? Wieso, was willst du machen? Dein Taxi runternehmen. Weißt du, als Protzkarre hat der dein scheiß Cabrio stehen und dann so komische Klapper-Taxis. Wir nehmen die Taxis alle. Was? Nein, ich will mein eigenes Auto nehmen. Außerdem, wer hat das umgekrempelt wieder? Welche Sau? Wer hat's gewagt? Das kann ich nicht nehmen, das ist ja komplett leer, ey. Ah, also. Platz. Ich hab' bestimmt gleich wegen des T-Mails gemeldet, ey. Hä? Wie denn? Das war'n Witz. Ja, dann lass' das gleich irgendwo. Wow. In dem Bereich müssen wir uns verstehen. In dem Bereich müssen wir uns verstehen. Was ist denn in? Wo war denn hin? Wow! Leicht'n ein richtiges Auto? Oh, shit. Oh, shit. Das ist hinter grad' aus und aufsteck'n... Hallo Thorsten. Hallo! Was geht? Alles fit? Ja? Das ist ziemlich zugig hier draußen, ich geh' wieder rein. Ah, ich bin die mit ihm festlommen. ist bei dir von alles klar alles tut da war kein stein das kannst du jetzt sagen überhaupt ich habe nach hinten geguckt ich konnte es nicht sehen wir sind ohne schaden runtergekommen mein gott du darfst die f-taste einfach nicht drücken sehr interessanter fasst du er ist ja auch selber aufmachen können wenn ich ich dachte ich kann einfach durchfahren ne ich helfe nicht LOL oh mein fucking god was denn Tobis Perspektive oh da ist der Zug Aua was machst du denn gegen den steinfahren wenn ich nicht gesehen habe der ist der ist vor mich gesprungen officer ich schwörs kommst du halt so viel Abstand eigentlich schon zum Arsch ich geb noch nicht mal Vollgas weil ich dieses scheiß Auto hab was super schnell fährt aber absolut nicht für querfeldein gemacht ist ich hab die ganze Zeit nur Vollgas was ich dachte halt noch ja ich kann ja auf den Jeep wechseln und dann dachte ich so nee ich nehme das Auto das wird schneller es war doch mal super eingeparkt ey ok komm es ist ja gut toll ich dachte du hast nen führerschein fährst du so auf der schlüsseldorf du mich halt was ist das für ne zonne? ok das kommt der beide schießt du raus oder schieß ich raus? ich schieß raus ich schieß raus du schießt nach hinten rechts ich schieß nach vorne halten wir da auf jeden fall an? ja gut festhalten und bald wir da sind bremsig ich mach einfach hier vor einer taun ich bin ja jetzt auch mal auf das äh an äh äh wa das war das war das war jetzt schon ich weiß nicht mehr luck als alles andere kürzer kürzer ich hab mich nicht in der kürzer Mach ich schon. Ich hatte aber einen kleinen Startschwierigkeiten. Wo fahren wir hin? Guck was aus, bis vorne. Äh, Shelter. Nach Shelter. Ja, nach Shelter. Ja, bei Shelter ist doch Garbage. Wir sind doch ausgerüstet. Wenn, dann Menschen. Menschen oder den Hüge davor. War ich denn einen Hüge davor? Oh, das ist doch gar nicht mehr in der Zone. Da, markiert. Das sind aber nicht Menschen. Ich sagte, das sind drei Menschen. Bei, nichts. Menschen sehen wir. Das sind eigentlich meine Buddies. Holy fuck. Shelter, kommst du da? Ja, ich bin gerade anscheinend gegen einen Felsen gefahren. Oh, heilige rote Zone, die du bist für mich. Geheiligt werde dein Kuh. Ich gehörte zu dem da. Was? Ich gehörte zu dem da. Goll. Bitte, bitte nicht, Autschi, Autschi. Oh, Stein. Oh, Stein. Oh, schade, keine komplette Drehung. Warum klingt der immer wie fucking Mario? Sind deine Vorfahren Italiener oder so? Nein. Wir wären noch in der Zone drin, auch knapp. Aber da können wir die Autos oben parken. Ich hab den Stein gefunden, den du gefunden hast. Ah ne, warte, das sind die falschen Dinger. Oh fuck, das war ja da gar nicht die, die ich meinte. Da oben. Sorry, ich hab mich vertan. Aber hier könnte man theoretisch auch bleiben. Wollt ihr hierbleiben? Nee. Oh, den Standort kann man eigentlich ziemlich gut verteidigen. Fucking hell. Sorry. Der hier übrigens auch. Der ist sehr nice hier, finde ich. Ist einer der besten Spots hier rechts. Wo man verteidigen kann. Nein, ich hab keinen Benzin mehr. Ja. Winter. Benzin. Ja. Gut, dann war ich so, Torsten. Hä? Wie ist denn das jetzt passiert? Was denn? Weil ich so schräg drin bin. Ich hab kurz aufgepockt und dann war ich so, bam, drin. Jetzt auch noch mal heilen, wenn jemand bräuchte. Schade. Na, jetzt sind's. Warte. Äh. Jetzt wollen wir mal, was die Zone gleich sagt. Klappt es da bei dir, Seltsam? Nee, nicht ganz. Ich wollte eigentlich so, dass ich vorwärts wieder rausfahren kann, aber ich glaube, hier drin drehen, das ist schwer. Eine Dreipunktdrehung ist schwer. Kann ich hier, hier liegt ein 24. Pfannsich. Okay. JR. Tschüss. Okay. 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 Ja. So kriegst du eine andere Fallout 4 auch aus. Ich kann gleich, ich bin gerade noch im Match. Jetzt schon, achso. Ich muss noch 3 Energy trinken. Trinken. Gott, ey. Das ist, was du aufs Engine eigentlich noch rausholen kannst, so gesehen. Und krass. Aber dass sie jetzt mal die Modler das machen müssen. Das ist, weil Companies sich nicht interessieren. Companies machen genug Geld mit dem Namen und dieser ganze Unsinn. Das ist ja das, was ich meine. Und schon traurig. Bekannter von mir mag Star Wars eigentlich auch. Oder mochte Star Wars. Bis dieser ganze neue Kram kam mit Episode 8 und so. Erwähne die Zahlen nicht. Zahlen des Bösen. Mhm. Und seitdem verfolgt er vielleicht noch ein bisschen was in Star Wars passiert, aber er guckt sich den ganzen Kram nicht mehr an. Da hatten wir nämlich auch eine Konversation drüber, wo ich halt der Meinung war, dass mir das auch übelst gegen den Strich gehen würde, wenn Resident Evil oder so so verhackstückelt wird. Und er meinte er... Hast du Tobi? Nee. Ein Bekannter, den du nicht kennst, tatsächlich. Und... ähm... Und er meinte der nämlich auch, äh... Ja, nach dem Motto, dann würde ich es halt nicht mehr kaufen. Und... Auf der einen Seite denke ich mir recht hat er, auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, sagt sich halt so einfach. Ich besitze die scheiß Paul W. Anderson Filme auch alle. Bei Resident Evil draufsteht. Modbo, ja... Pio. 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 Martin videon. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.